Wir haben heute hier den Milchviehbetrieb von Frank Lenz in Schinne in der Altmark besucht. Und das Besondere an diesem Milchviehbetrieb ist, dass die Kälbchen 100 Tage lang bei den Kühen bleiben dürfen und dürfen dort trinken. Die werden also nicht direkt getrennt. Und das ist natürlich gut für die Kälbchen, die fühlen sich dann wohler und trägt auch zur Tiergesundheit bei. Das ist natürlich ein Aufwand und der muss letztendlich auch bezahlt werden. Und Herr Lenz hat uns berichtet, dass er ein Vermarktungskonzept aufbaut. Er arbeitet mit dem Handel zusammen und dass der Handel das auch bewirbt. Und wir Grünen wollen auch Rahmenbedingungen setzen, dass solche innovativen Betriebe, die was fürs Tierwohl tun, dass sie am Markt bestehen können. Wir schlagen deshalb auch eine Kennzeichnung vor, analog der Eierkennzeichnung, also dass die Haltungsbedingungen der Tiere gekennzeichnet sind mit 0, 1, 2, 3. Und wir finden es natürlich auch gut, wenn der Handel entsprechend wirbt. Und da bewegt sich ja inzwischen auch was. Der Handel will nicht nur mit den Preisen werben, sondern auch mit Qualitäten. Und wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass der Milchmarkt, der heute doch nicht in Ordnung ist, weil die Erzeugerpreise oft viel zu niedrig sind und so ruinös, dass die Betriebe kaputt gehen, dass die stabilisiert sind. Und dass in Krisenzeiten die Milchmengen auch angepasst werden können an den Bedarf, zeitlich befristet, um die Preise stabil zu halten, damit die Betriebe auch eine gute Zukunft haben. Ja, ihr seht hier einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Altmark. Wir erhalten hier ungefähr 400 Kühe an diesem Standort und haben vor 30 Jahren mit 13 Kühen angefangen. Das Besondere hier ist, dass die Kälber bei den Kühen bleiben können und eben nicht abgesondert werden. Das ist insofern besonders in diesem Maßstab. Das findet ihr in Deutschland nicht noch einmal. Aber viele kleinere Betriebe, die können das realisieren. Ja, und mein Zukunftsbild der Landwirtschaft ist, dass Kühe auf die Weide gehen können, dass Kälber nicht exportiert werden müssen, dass Kühe alt werden können und dass Ökologie, Ökonomie und Soziales im Gleichgewicht stehen und das Geld wieder Mittel zum Zweck wird, das die Bauern verwenden können, um Innovation und Kreativität auf ihren Höfen leben zu können, um das umsetzen zu können, was sie im Herzen tragen, um das auf die Erde zu bringen.